Warum begleitet er uns jetzt? Ja! Kommt er denn noch mit? Klettert er da jetzt auch hoch? Mal gucken. Ja, er zeigt zu müssen. Na gut, okay. Dann machen wir mal. Äh, okay. Ja, ah! Nein, ah! Das war das mit den verschiedenen Tasten. Also, Kaller, immer den Bruder links, den großen. Sonst kriegt er das mit dem Kopf und den Augen hin. So. Ich muss ja springen und festhalten. Springen, festhalten. Jetzt mit der anderen Hand. Springen, festhalten. Wenn das dann auf der falschen Seite ist... Nee, die Transferleistung habe ich nicht so glitzschnell. Kann ich da springen? Nee, ich... Kann ich da springen? Nee, ich... Warte mal wieder auf den Großen. Und, macht er jetzt noch was? Na gut. Eigentlich ja nicht, ne? Zwergenwerfen ist verboten. Schon bald hätte er Ringe gelernt. Nein, nein! Genau das passiert. Weil du musst ja den einen loslassen und dabei nachdenken, welchen jetzt. Ah, da ist der Riese. Siehst du, gar nicht so schwierig, wenn man weiß, wie... Danke, Kuzo, für den Tipp. Dass der da eigentlich helfen soll. So, was macht er jetzt mit uns? Okay. Ah, okay. Alles klar. In einer geheimen Höhle. So, der Kleine will bestimmt wieder hinten schwimmen. Ja. Keine Ahnung, ob es dann hier irgendwie so versteckte Sachen gibt oder so. Na, schauen wir jetzt mal, wo wir weiterkommen. Ja, wo er sagt, ich soll da wohl rein. Moment. Moment besteht das Spiel irgendwie nur aus Lauf halt irgendwie weiß zwar nicht wohin aber versuche irgendwie durchzukommen er kommt wieder nicht durch aber ich ja also ich ja also der Kleine das heißt ich also kann sagen ich suche dann mal den Hebel meine Tochter ist gerade im Twitch Stream und sagt mir dass es toll ist zu schauen was will man als Vater mehr hören der Ralf sagt mir wenn der Grinzekater kommt da bis zum falschen Spiel wobei ich eigentlich Alice in Wunderland auch mal wieder spielen könnte das habe ich mal eine Zeit angebildet aber müsste jetzt auch wieder von ganz vorne anfangen das aber eigentlich auch ein kurz also dieses abgedrehte nicht irgendwie so eine Beispiele Version sondern das mit der abgedrehten Alice so was machen wir hier denn jetzt ich denke ich kann mich da festhalten und und zack so weit so gut Welche alten Katakomben und so? Okay, man hört mich kaum. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich zu weit weggesessen habe. Entschuldigung, das ist mein Mikro. Eigentlich müsste ich hier... So müsste ich eigentlich sitzen. Und ich doch sehr leise diesmal rede. Ich habe nämlich in meinem letzten Let's Play mit Castle Storm gemerkt, dass ich manchmal ins Mikro reinbrille und versuche mich jetzt einfach selber in normaler Lautstärke zu reden. Und, ups, oh, da kann ich was mitnehmen. Ähm, aber wohin? Klong? Ne, das geht nicht. Ich bräuchte da noch zwei Möbelpacker. Da kenne ich das auch. Oder wenn du nicht richtig durchkommst und immer wieder vor- und zurückgehen musst. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt gerade mache. Aber das sieht so aus, als ob das die einzige Sache ist, die man... ...die irgendwie Sinn macht. Und steuert sich erschreckend intuitiv. Also so, dass ich jetzt... ...gar nicht groß nachdenken muss, wer wen steuert, sondern man macht einfach... ...die da irgendwie reinstecken oder so. Ja, da stimmt irgendwas nicht mit. Ja, denke ich auch, ne? Wir machen mal was mit den Zahnrädern, dass wir die anhalten. Ich kann das da vielleicht so rüberhalten. Mal gucken. Hihi. Siehste? Jetzt? Ah. Ah. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Ja, und oben wieder rechts ein kleines Speicher-Symbol. Kalle hat alles richtig gemacht. So, komm mit hier. Äh. Okay, jetzt fangen auch so langsam die Puzzle an. Das finde ich cool. Ja, da. Hm. Jetzt muss ich einmal drehen. Also ich muss auch durch den Druck auf verschiedene, auf die verschiedenen Brüder, muss ich sie dann halt umdrehen, ne? Damit das überhaupt funktioniert. Ja, ja, schön. Dann können wir das weitergehen. Und dann geht es mir wieder umdrehen. Bis ab jetzt. Ja, da bin ich. Ja. Und da bin ich. Aber ich hoffe, es bin ich.